Moin, wir produzieren die beste Talkshow der Welt, Buddha bei die Fische der Tafen Talk. Und zwar zeigen wir noch echte Vorbilder, Menschen, die tatsächlich was zu erzählen haben, richtig krasse Storys und geniale Expertisen. Denn wir glauben, das Leben ist die beste Schule. Und die Menschen, die bei uns sind, die inspirieren mit ihren Gedanken, mit ihren Geschichten, mit dem, was sie zu sagen haben. Und wir stehen ein für Werte, denn wir glauben fest daran, wenn viele Leute die gleichen Werte haben, dann hauen die sich nicht so oft auf die Rübe. Und unsere Werte sind Menschlichkeit, Wertschätzung und Authentizität. Ich lade euch ein, werdet bei uns in der Community groß, fett und mischt mit, denn wir wollen eine bessere Welt schaffen. Abonniert uns auf Facebook, auf YouTube oder wo auch immer ihr uns findet. Wir freuen uns auf euch. Stay tuned.